Ich habe bestimmt eine Chance, dass ich Sie meinen könnte. Sie sind wegen des Ultraschalls hier, hm? Ich kann nicht glauben, dass Sie ihm das Geschlecht verraten wollen, wo Sie doch... Nein, das ist zu gemein, das kann ich nicht sagen. Nein, gemein ist gut. Ich, äh, ich stehe auf gemein. Sie könnten das Geschlecht erfahren, ohne es Perry zu sagen, es als Köder benutzen und ihn damit so oft Sie vor der Pressen. Perry hat sich ja furchtbar in Ihnen geirrt. Sie sind gar kein idiotischer Skalpell, schwingender Basketball, dribbelnder, auf seinen Blut zu verachtender Milch-Boogie. Ach, nicht doch. Das Ding ist echt super. Was sind die ganzen Kimonos? Keine Ahnung, aber da hinten ist eine Stripperstange montiert. Carla hat ein paar holle Moves drauf. Sie kann sogar einen umgekehrten Spagatwirbel um die Stange. Wenn man das so nennt, schließlich war ich nicht auf seinem Wochenende Lehrgang oder so. Gut, Hildebogen. Nicht die Kimonos anfassen, die sind für Dr. Karlshaus diverse Masseusen. Hätt, wer sitzt am Steuer? Oh, mein Fehler. Vielleicht sollte ich lieber fahren, damit wir nicht draufgehen. War nicht böse, mein Schatz. Nicht so angekommen. Ich wünschte, keiner von uns müsste das Teil fahren. Wir fahren mit angenehmer Geschwindigkeit, Dr. Dorian, und müssten früher als geplant eintreffen. Könnten Sie meinen witzigen Gefallen tun? Höchst her, wie wunderbar? Ich verm Щ